Hallo, ich bin Shirin Marput, ich bin 36 Jahre alt und bin seit 2016 bei anderen Separation GmbH als Projektleiterin beschäftigt. Mein Tag auf der Arbeit fängt immer unterschiedlich an, mal im Büro in Köln, mal in Home Office oder am Produktionsstandort. Projektbesprechungen stehen sehr oft auf der Tagesordnung. Morgen Shirin, alles gut? Was kann ich für dich tun? Hallo Robert, guten Morgen. Uns geht's gut, ja ich hoffe bei dir auch. Kannst du uns bitte einmal die Schnecke von der letzte Woche von 1.11 zeigen? Alles klar, geh kurz mal die Schnecke an. Ja, das passt soweit alles. Das sieht sehr gut aus, oder? Sehr gut, danke für deine Hilfe. Tschüss. Nach der Arbeit geht es bei mir weiter, da ich als zweifache Mutter mich zusammen mit meinem Mann um unsere beiden kleinen Mini-Projekten kümmern. Bei anderen Separation GmbH durch unser Home Office Arbeitsregeln lässt sich das ganz einfach kombinieren. Die Stadt Köln morgens ist so lebendig, da fahren gerade so viele Leute zur Arbeit mit der Bahn. Als Projektleiterin zusammen mit dem Kollegen gehört das immer dazu, mit dem Kunden von überall aus der Welt neue Herausforderungen jeden Tag zu meistern.